Darf man nicht mal mehr in Ruhe einen Download machen? Nein! Ich werde euch auch gleich erklären, warum ich weiß, dass es Shining ist. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Among Us. Heute aus meiner Sicht, weil an einem Sonntag mal Twitch-Files kam, kommt jetzt an einem Dienstag mal zum Ausgleich wieder eine Runde normal YouTube. Und es wird witzig, ihr habt im Vorhinein schon gesehen, Impostor-Runde wird sick. Shining 100% sus, warum werdet ihr den dann sehen? Als kleine Info, Schwänzel und Shining haben noch die Rollen getauscht. Also Shining spielt Schwänzel und Schwänzel spielt Shining. Deswegen als kleine Randnotiz. Und vorher noch eine witzige Crewmate-Runde, wo wir wenig Informationen haben, aber versuchen, den Impostor, beziehungsweise die Impostor, trotzdem zu ermitteln. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock drauf. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde mich freuen. Jetzt allerdings erstmal richtig schön Fun-Gameplay in Among Us. Rui ist nackter als nackt. Oh, ich fahre doch gar nicht so weit. Ich fahre doch nicht so weit. Oh nein, das tut mir aber leid. Jetzt habe ich Zucker-Stungel zu Ohren. Jetzt muss ich lachen, ey. Frech. Ich traue mich gerade nicht allein rein. Ich will nicht. Nein. Nein. Du bist nicht. Nicht schon wieder. Endrunde. Ja, aber rechnen sie nie. Okay. Wehe. Nein. 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 Du bist nicht. Das fällt. Das schluch. Nein. Nein! Oh Mann! Ja komm, für Youtube! Für Youtube Sven! Okay komm! Tu es! Na, tu es! Finde ich. Alter! Bist er jetzt weg? Nein! Ok! Was macht er da? Was macht er da? Boop! Na, wie viele Leichen liegen da jetzt? Die Impost... Die Impost davon. Ok... 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 Die Kudi jetzt noch? Ok... 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 Und... Die Kommunikation ist... Der Ballender Body ist so... Eineinhalb Minuten lang... Ich habe vor weitem gesehen... Aber Gelb auch schon... Ja, Blau ist direkt beim ersten Light schon gestorben. Oh... Und... Äh... Gelb beim zweiten Light... Ja... Und warum wurde es nicht gemeldet? Das freu ich mich auch, was? Und ich die nirgendwo gefunden habe... Ich bin einmal Lab komplett abgelaufen... Oben bei den Reaktoren lag auch nichts... Gefühlt... Das wissen wir denn auch nicht... Ja... Deswegen müssen die... Also warte... Wen hast du gefunden? Ähm... Ich hab... Blau gefunden... Links oder rechts? Ähm... Bei Coms... Äh... Entschuldige... Bei... Ja... Ich vergiss mal... Wo man halt uploadet... Ja... Also bei Dings... Bei Coms... Ach bei Dings... Okay... Bei Dings... Ach... Na dann... Beim Dings... Ja... Easy... Haben wir denn jetzt irgendeinen Anhaltspunkt überhaupt? Irgendwas? Nein... Schwarze... Den einzigen... Den ich gesehen habe... Glaube ich war... Goodie... Der war am Anfang am Seismic Reaptor auf der rechten Seite von mir... Ja... Da bin ich nicht gut drauf... Dann äh... Guap Guap war glaube ich auch noch da... Ah... Genau... Wer hat grad Schwarz und Orange gesagt? Ähm... Ich hab Schwarz und Rot gesehen wie sie von ähm... Achso... Bestiemen gekommen sind... Ja... Die beiden laufen schon die ganze Zeit rum... Die standen auch so links oben beim Reaktor... Ja genau... Also... Zwei standen oben rechts... Zwei standen oben links... Also Schwestern und ich standen ja oben links... Ich war rechts und mit Guap Guap... Goodie ist dann weggegangen... Ja... Ich war mittig dann und da hab ich dann Paal getroffen... Also Paal war der Einschläge der nicht oben war... Okay... Dann hätten wir ja theoretisch den ersten... Äh... Wenn man da bis danach geht... Also... 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 Wo ich hier Dings gemacht hab... Also wo ich den Dings... Äh... Reaktor da gemacht hab... Da bin ich ja rausgelaufen... Da kam Goodie mir hingegen... Und dann bei der Tür nach Electrical... Da war Paal... Am Ende war Paal auch da... Das stimmt... Am Ende... Stalin kann aber schon was gemacht haben... Das ist natürlich möglich... Ja... Das Ding ist... Das sind drei gestorben... Ein Double Kill... Und ein Normal... Oder... Keine Ahnung... Ich weiß nicht was von der Zeit her ankommt... Das können auch drei einzelne sein... Das kommt hin... Das Ding ist... Pass auf... Wir müssen jetzt im Prinzip mehr oder weniger einen random rausvoten... Auf Verdacht... Ich bin für Lila... So... Bevor... Ne... Bevor ihr jetzt votet... Hauden ist heute schon so oft gestorben... Hauden sag einen an... Ich vote mit dir... Ich hab keine Ahnung... Goodie und Guap Guap würde ich jetzt erstmal nichts sagen... Also... Drei... Irgendwas von... Kuss... Alles klar... Also mich... Pass... Ist in Ordnung... Hauden... Hauden... Du bist einfach... Wegen was denn? Sag mir doch irgendeinen an... Oder an der Gruppe... Weißt du was ich mein? Kann ich nicht... Puh... Ich bin ab jetzt wieder zurück... Agreed... Okay... Also... Also... Goodie und Schwänzel... Easy... Das ist safe für mich... Hauden... Weiß ich halt nicht... Hauden... Ist... Schwierig noch... Okay... Eine Admin... Eine Weapon... Eine CQ... Okay... Einer oben links... Ja okay... Materitisch müssen wir ja recht haben... Weil... Natürlich jetzt... Sonst wär schon was passiert... Also Pal war richtig... Pal war halt auch der Einzige... Der halt jetzt nicht da war... War halt... Also klar... Na kommt der Kill? Gut... Grün hat vor mir gekillt... Was hab ich? Ähm... Wir waren zu dritt bei Lights oder? Ich war gar nicht bei Lights drin gerade... Ihr verwirrt mich... Hä? Hä du... Also wir müssen auf jeden Fall... Also mit Pal müsste er richtig gewesen sein... Hä? 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 Ja ja... Also Pal haben wir richtig raus gewartet... Ja... Es ist auch grün... Wegen... Was denn? Ich war doch gerade unten an diesem... Wo diese Kackblätter gemacht werden... Unten links... Da wo auch dieser Oxygen und so ne Scheiße dort in diesem Raum ist... Keine Ahnung wie das heißt... Also ich... Ich bin erstmal für Skip... Du bist der Skip... Ich bin erstmal für Skip... Weil einer von den beiden... Also ist jetzt gerade Aussage gegen Aussage... Man könnte noch theoretisch eine Runde abwarten... Und dann immer noch gucken... Könnte man machen... Aber allerdings habe ich auch noch eine kleine Vermutung... Und zwar hat Pal... Hoden gesagt hier... Für wen er ist... Beim Wo... Letztes Meeting, ne? Ja... Also könnte es da rein theoretisch sein... Dass Pal... Hoden fragen wollte... Für wen er ist... Damit die auf jeden Fall zwei Stimmen auch einhören... Ja, aber frag doch... Hey, Imposterkollege... Was meinst du? Wem machen wir? Was versuchen wir noch? Das kann doch Mindgames sein... Deswegen würde ich erstmal... Ich gehe bitte mit dem Skip... Da gehe ich mit dir... Aber würde ich dann so... Ja, weiß nicht... Wo... 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 Udi am Anfang... Rechte Seite vom Reaktor und sowas... Ja, keine Ahnung... Ich weiß nicht mehr... Warte... Ich weiß nicht mehr, was ich gesehen habe... Ich weiß nicht mehr, was ich gesehen habe... Ich war unten... Bei dem... Bei den Blättern... War das Rot oder Grün? Ich weiß es nicht... Ich war das nicht... Also ich habe nur hier... Benzin nachgefüllt... Mehr habe ich nicht gemacht... Also es war... War das... War das Rot oder Grün? Also... Rot ist es nicht... Rot ist es nicht... Rot ist es nicht... Wäre er ein Haustier... Wäre er ein Haustier... Ok, ein Haustier habe ich auch dabei... Ok, ein bisschen Rot... Oh... Und will einfach Grün sein... Mach Grün... Mach Grün... Mach Grün... Mach Grün, Sven... Mach Rot... Mach ruhig... Für Grün... Warum? Wegen was denn? Ok, Kaffee... Kaffee... Oh... Shit... Sorry... Mein... War es jetzt richtig... Oder war es falsch? Du wurdest gewählt... Weil ich es verkackt habe... Ich wollte eigentlich schon einen Job machen... Aber ich habe ihn viel zu spät rausgehauen... Ich habe ihn viel zu spät gemacht... Es ist so dumm... My bad... Sorry... Grün... Sorry... Oh mein Gott... Ich habe sooo doll bei Ausschmerzen... Das ist aber... Das ist aber soo... Unfassbar fies... Oh mein Gott... Scherper ist tot... Wo ist mein Neffe? Scherper ist tot... Warte mal... Goody ist auch tot? Ok... Wann ist Goody tot? Uri war bei mir... Uri war bei mir... Der war gerade mit Lifelines... So... Was dürft ihr jetzt auskabeln... Hier zwischen euch? Ähm... Ich war gerade mit... Goody und Shining noch ganz oben... Dann ist Shining auf einmal weggerannt... Obwohl ich dachte... Der bleibt bei mir... Und Goody ist jetzt tot... Der kann das bestätigen... Geining... Äh... Scheinen in Goody... Jo... Also diesmal... Also diesmal jetzt nicht... Äh... Schulter an Schulter... Wer hat Scherper zuletzt gesehen? Ich habe ihn ganz am Anfang gesehen... Dass wir Schlüssel gemacht haben... Aber ich glaube das ist jetzt nicht... Dem von die willst... Das ist nicht... Dem von die ich möchte... Nein... By the way... Ich weiß nicht wo er liegt... Aber ich gehe mal davon aus... Also da ihr... Wahrscheinlich links wart... Bei Electric... Wird Scherper rechts liegen... Geh ich mal schwer davon aus... Also... Ich gehe mal davon aus... Dass er... Oben rechts liegt... Ich will hier jetzt... Ich... Also... Es wird sich jetzt... Weit... Weit her geholt haben... Aber ganz am Anfang... Ist... Shining... In der Runde... Da hat er... Da hat er... Wahrscheinlich... Realisiert... Oh die sind alle oben... Die machen Kies... Dann ist er wieder hoch... Gelaufen... Also es wird sich weit her geholt... Aber wir haben schon... Das... Das ist also Shining... Deswegen... Ne... Ne... Ich habe... Bin nach unten gelaufen... Hab auf die Karte gesehen... Hab gesehen... Dass ich oben eine Task habe... Bin nochmal nach oben gelaufen... Das passiert mir öfters... Das klingt nach Shining... Ja... Okay... Ja... Aber wo ist mein Neffe? Das weiß ich leider nicht... Ja... Hier... In Deutschland... Das Licht geht aus... Ja... Ich bleib extra stehen... Dass du bei mir bleibst... Goody kommt dazu... Auf einmal rennen Goody und Shining weg... Goody ist tot... What the fuck... Was soll man denn davon halten? Das klingt... Leicht verdächtig... Aber ich habe keinen Ansatz... Ich habe keine Ahnung... Ich weiß es nicht... Also jetzt haben wir zwar... Ist das auf Shining oder... Ich würde erstmal skippen... Wie gesagt... Ich würde sagen... Sherpa liegt oben in Mad Blade... Das ist... Das ist mein Boot... Im Endeffekt... Also mein... Mein... Ja... Warum immer ich? Ja... Wo ist mein Neffe? Oder Oden und Uri... Das verstehe ich... Oder Oden und Uri... Einmal... Einmal... Sagt er... stimuli Hem Cave... Haaa... everything Wartold aber auch crosst scene. Das stimmt. Ich wollte das auch nicht. Ich wollte das auch nicht. Das war's. Warum so eine krasse Meldung, Alter? Hi, was soll das? Hi! Ich wollte kurz sagen, dass Hauden ziemlich sicher safe ist. Da bin ich mir ganz sicher. Hey, warum? Weil Hauden war bei der roten Rakete, dann ging der Reaktor los und wir haben den Reaktor gefixt und Hauden ist direkt wieder zurück zur roten Rakete gerannt und hat die fertig gemacht. Sven und ich haben die Rechte gemacht. Genau. Ich bin immer noch bei Shining. Ich habe doch zusammen mit Sven das Rechte-Ding gemacht. Ja, aber es haben mehrere dich gesehen, also das heißt nichts. Das Geile ist, wir wissen ja nicht, ob Goody wirklich gestorben ist, weil er kurz danach gelaptet ist. Ja, aber kurz danach doch. Es könnte auch sein, dass er natürlich getötet worden ist. Es könnte auch sein, dass Goody, wir haben halt keine Toten. Es könnte auch sein, dass Goody im Fost-Server. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Tone-Safe ist ziemlich geil. Ja, hier am Ende war noch Elektro-Kill, auch hier Yannick da, Shining, Pal war doch auch noch kurz da und dann bist du gleich weglaufen. Ich war noch mit drin und ich, wer war noch, Uri war noch mit dabei, oder? Wo? Uri habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich war. War Schwänze? Keine Ahnung. Ich habe die Farben nicht mehr so. Ich habe gleich deinen Sitzen. Tut mir leid. Uri, wo warst du, nachdem wir uns aufgeteilt haben? Wo aufgeteilt haben? Ich war eigentlich, ich war eigentlich ganzes Game halt ein Admin. Ich habe gesehen, dass Dave Lifelines war und deswegen dachte ich, komm, check ich ganze Zeit. Also ich bin zuerst Bestman gegangen, habe meine beiden Tasks gemacht und dann bin ich direkt wieder zurück zu Admin gegangen. Klingt plausibel. Ja. Puh. Also Uri ist für mich dafür aus den Verdächtigen raus. Weil er war Admin die ganze Zeit, ich war Lifelines die ganze Zeit und ich bin dann nur irgendwann mal gedacht, okay, ich geh halt jetzt raus, weil bringt ja nichts, wenn ich keine Tasks mache. Ja. Dann ging das, ging Lights aus und instant, wirklich instant als Lights ausgingen, gingen auch Türen unten zu und ich habe mich schon tot gesehen. Du hast dich schon kundig gesehen. Ist halt nicht viel passiert, so. Ich bin gleich im gleichen Wissensstand, muss ich gestehen, wie davor, so. 10 Sekunden. Ja. Ich skippe. Ich kann davor, ich habe nichts Neues irgendwie so von bis da zu leider. Paul, du bist das, oder? Immer ich. Ich. Nein. Nein. Was war ich? Jetzt, jetzt wird's langsam trechen. Ich dachte, wir sind Freunde mittlerweile. Nein, nein, nichts. Das. Benjamin Siemens, habe ich gesagt. Hmm. Ich bin gemutet? Ja, bin ich. Einer Altman, einer 2.02, theoretisch. Gelb ist tot, ok. Gelb, gelb, gelb. O2 könnte das sein. Ich musste das Wasser gerade auffüllen, Mann. Das wir nur ein Imposter sagen. War das nämlich ungesund? Nein, das würde ich nicht, wenn das Wasser fast endlich voll gewesen wäre. Danke. Sven war der O2? Leitz. Leitz, ok. Leitz, ok. Ich hab die ganze Zeit mal einen auf O2 gesehen bei Atmen, deswegen dachte ich da. Ach so. Ne, war Leitz. Sven, da kann es ich schon mal nicht sein, weil ich kam aus O2 raus und nicht aus Leitz. Wo liegt denn die Leiche überhaupt? Die Leiche liegt direkt da bei Leitz, also genau davor. Ok. Na, Oden, willst du uns was sagen? Ich will gar nichts sagen. Ok. Wieso? Wegen was? Sollte ich irgendwas sagen? Also, Leute, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen nicht sein rausworten. Entschuldigung, hat dafür Egeist mich zu interviewen. Wir müssen nicht sein rausworten. Schal, wo warst du denn? Aber Oden war doch safe oder nicht durch Pile? Nein, nein, nicht 100%. Ich denke nur, dass Oden nicht ist. Wie viel Prozent? Äh, 50 gerade, weil Oden einfach Fragen stellt, die Oden nicht stellt, wenn er Crewmate ist. Also, siehst du? Ok. Und ich sag mal, Shining ist halt für uns alle grad schon suspicious gewesen, oder? Hallo, zwei Leute haben gesehen, wie ich nen Download gemacht habe. Das heißt doch gar nichts, das Ding ist Shining. Ich bin da was am Download und will das auf YouTube uploaden, hallo? Moment, Shining, wenn du jetzt Imposter bist, ne? Oh mein Gott. Ich möchte das nur kurz sagen, wenn du Imposter bist, dann bin ich sowas von enttäuscht. Warum? Weil du mich hinterm Stein hättest killen können. Ich hab mich extra hinter den Stein gestellt, dass du mich killen kannst. Oh, die Stimme, ey. So. Und wenn du nicht Imposter bist, äh, wenn du Imposter bist, dann bin ich einfach enttäuscht. Für mich ist es Shining so Kloster Stimme. Shining. Nein, glaub ich nicht. Shining hätte mich auch holen können. Das ist scheißegal, der King, Bruder. Das ist Dave. Ja, Dave ist es. Wenn Dave Detective spielt, dann ist er es. Ja, tschüss, mein Jöpfe. Darf man nicht mal mehr in Ruhe nen Download machen? Nein! Ich würde auch gleich erklären, warum ich weiß, dass es Shining ist. Okay. Du bist so ein Meister in deinem Team, weißt du das? Oh komm, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ah, so gut. Ich weiß, warum es scheint. Okay. Dankeschön. Komm, 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 komm. Ich weiß, warum es scheint. Ich weiß, warum es scheint. David bescheinst zu schnell. David, erklär mal, warum war es jetzt scheint? Ja. Ich kann's auch erklären, warum es scheint. Warum soll es gewesen sein? Ich kann's auch erklären, warum es scheint. Ich kann's auch erklären, warum es scheint. Das ist so far from a game What you saying It ain't nothing but heartbreak and dedication Quit complaining Look at my life Feel my pain When it comes to me and you are not the same This is so far from a game